Schau, ich hoffe, ich bin hier richtig. Sehr freundlich. Guten Tag, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Und wie komme ich hier jetzt weg? Hallo, bin ich hier. Dankeschön. Mahlzeit, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Vielen Dank. Mahlzeit, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Dann suchen Sie mal meinen Ticket. Guten Tag, ciao. Mahlzeit, bin ich hier. Dankeschön. Hi, Sie wollen bestimmt... Ach, Moment mal. Mahlzeit, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Danke. Ciao, Sie wollen wir freuen. Gnu selbst. Và dann Enter hatte ich hier den Ticket. Und wir haben eine Hübsite. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020